So, Halli Hallöchen, Hanson Pitti hier, willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest im Trauerpass, wo wir ganz viel Sachen öffnen dürfen, können, sollen, müssen. Wir brauchen noch zwei dieser Steinchen und überall sind hässliche Gegner. So, macht es irgendwas, dieser Strudel? Ne, der wird noch aufgehalten. Oder ich glaube, hier müssen wir die Wand irgendwann... Ach, der respawnt direkt. Sehr nett. Ist dann wenigstens der Energiekern, der auch respawnt. Der ist auch respawnt, danke. Komm, dann sparen wir gleich nochmal. So, ah, das Vieh lebt ja auch noch. So, bleibt mir vom Leibe. Ähm, kurz die Karte. Nach links bringt uns noch nichts. Doch, Moment, nach links und oben. Können wir... Du fällst gleich runter, oder? Aha, so einer bist du. Du fällst auch und du Arsch schießt dich tot. Hui. Okay, das dritte Steinchen. Sollen wir dann gleich hier den Speicherpunkt... Ne. Lohnt sich noch nicht. Guck mal, das Vieh stirbt gleich nochmal. Und gibt uns einfach so Erfahrungspunkte. Oh, und Leben. Ah! Okay, es stirbt unendlich oft. Ich speichere hier. Dann können wir hier rüberfliegen. Hier runter. Okay, nur so einer. Ah, Feuer! Warte. Sind wir jetzt schon... Einmal gestorben. Oh, der erste Tod nach anderthalb Minuten. Ich bin grad voll stolz auf mich. Oh, Mann. Warte. Hä, warum haben wir jetzt kein Leben? Fliegen wir mal runter? Ach so, das hat er uns ja gerade geraubt. Naja, stimmt. Komm, wir speichern nochmal. Einfach ein paar geschenkte Erfahrungspunkte. So. Du verreckst einfach so. Dann, äh... Weiß nicht. Wo ist Feuer? Wo ist Feuer? Da ist Feuer. Wo kommt denn das Feuer überall raus? Aha. Nein. Bleib weg von mir. Oh Gott. Okay, das letzte Steinchen. Und nochmal ein Energiekern. Oh, der füllt viel auf. Soll ich dann kurz hier speichern? Einmal der Sicherheit wegen. Jetzt kommen wir bestimmt ohne zu sterben durch. Ja. Ach ja, klasse. So, da sind die Suizidtypen wieder. Komm, fahr mal runter. Boom. Du fährst auch runter. Boom. Ah, du bleibst mir weg. Und das Teil lebt auch wieder. Ah! Ach komm! Wow! Das ist... Die spawnen immer innerhalb von drei Sekunden. Weniger. Das war... Das waren nicht mal drei. Ich komm nächstes Mal mit der scheiß Stoppuhr an. Und dann erzähle ich, wie lange die brauchen, um von... Na? Fall mal runter. Um von dem einen kleinen Abschnitt zum anderen zu sterben. So, Moment. Wo muss ich denn hin? Nach links. Ne, das kann nicht sein. Ja, die spawnen direkt. Wo muss ich denn hin? Nach links? Ach ne, warte. Ich brauch dich sogar. Deswegen spawnst du immer. Deswegen. Ist trotzdem nicht nett. Ich find's trotzdem nicht nett. So, sich können wir einfach so wegschießen. Naja, mach mal hier deine... Dings da. Level up! Cool. Gleich mal speichern. Ja, wir gehen auf Lebenszellen. Immer noch. Und danach gehen wir auf... Den Angriffstree. Mit der Sehenverbindung ist halt trotzdem gut. Möglichst Uri, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Steffen wir hier mal runter. Klasse. Der bombt hier schon alles voll. Oh, nicht auf mich bitte. Nicht auf... Mich! Okay. Da soll ich runtergleiten? Ach du Scheiße. Okay. Ja. Ist möglich. Ja. Ja, ihr könnt euch mal gegenseitig killen. Oder auch nicht. Ich speichere mal hier an den zwei Lebenspunkten. Das ist... Ne, das ist nur ein Lebenspunkt. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Stelle. Und... Spreng dich selbst weg. Da oben ist was. Das sehe ich doch. Da oben ist was. Huch. Ich wollte eigentlich... So. Äh, wir kriegen das Achievement. Erfahrene Erforscher. Finde 50% aller Geheimnisse. Oh, schön. So, warte. Ah, da ist ein Hebel. Aber das hätten wir sogar finden müssen, oder? Ne, das gibt uns dann nachher die Fähigkeitenzelle. Oh, und dann haben wir die dritte. Und dann sehen wir, wo die ganzen hässlichen Lebenssteine sind. Oh. Aber das Spiel macht echt unglaublich Spaß. Auch wenn es so hart ist. Warte. Speichern. Das Lebensteil. Lassen wir mal stehen. Links wäre ein... Gefäß. Aber es bringt uns nichts, weil... Da ist was im Weg. Genau deswegen. Ach ja, da müssen wir hier was aufmachen. Aber die Fähigkeit haben wir noch nicht. Stimmt, ich will mal wieder eine neue Fähigkeit. So, jetzt gib uns... Oh. Drei Fähigkeitspunkte. Bevor ich den Speicherpunkt mache, kommen wir noch ein klein bisschen nach oben. Oder bis zu dem Teil. Das füllt es nämlich alles ganz oben. So. Und wir sehen, wann... Wo die Lebensteile sind. Da ist eins, da oben. Hier, sonst noch in dem Gebiet nicht. Schade. Sonst noch, wo wir was finden können. Da links wäre noch eine Fähigkeitenzelle. Wo sind denn die versteckte Lebenszellen? Hier noch was? Hier sollten wir eigentlich noch irgendwie das Kartenfragment finden. Ich glaube immer noch, dass es da ist. Ähm. Ach, hier drüben sind die alle. Ah, in dem Gebiet. Ja gut, da konnten wir auch überall noch nicht lang. Oder noch nicht ran. Besser gesagt. Hier hat es nur ein Gefäß. Im Baum hat es nur drei Gefäße. Ah, da fehlen drei Prozent im Baum. Verdammt. Ah, ich sehe es auch hier rechts ist es. Ja, ja. Hier mich auch. Oh nein. Das kann ich gleich selber behalten. Und das auch. Was? Der Hals? Können wir noch weiter hoch? Nö. Ah, jetzt soll man wieder vier Steinchen sammeln. Alle hier. Mhm. Ich speichere mal. So, was hat es hier unten? Sind es Dornen? Nein. Leben. Leben? Einfach so? Hä, ist hier nicht der Rückweg da? Ne, das ist ein Rundgang. Dann gibt es hier oben wahrscheinlich eine neue Fähigkeit. So, warte. Ja, ja. Laser mal. So, wo? Ah. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. So, ja. Was ist das denn? Hä? Ah. Eine Kugel? Wofür brauchen wir eine Kugel? Wofür brauchen wir so ein Kugelchen? Aha. Schmeiß ich hoch. So, warte. Jetzt. Wofür habe ich jetzt die Kugel? Um links was freizuschießen? Einfach so Energie? Wofür brauche ich denn die Kugel? Das war ja einfach. Äh. Muss ich es ja vielleicht doch irgendwie da gleich durchschießen? So, komm mal mit Kugel. Vielleicht brauche ich dich noch. Genau, geh mal. Geh mal da runter. Achso, ich muss. Oh, doch keine Fähigkeit. Ich muss nur die Kugel transportieren. Schade. Okay. In der Karte gibt es nichts. Wo ist er denn? Da unten. Ah, da waren ja keine Stacheln. Ja, genau. Wir blockieren uns den Ausgang. Ich glaube. Ah, ja. Genau. Wir müssen wieder gucken. Hier was blockieren. Zack. Ich speichere hier mal. Äh. Warte. Als nächstes finden wir die Energiezellen. Fähigkeiten. Ja, okay. Energiezellen und dann kommt Gespür. Ja, dann machen wir den Tree als erstes. Ich glaube. Und danach gehen wir auf den. Okay. So. Geh mal weiter nach da. Ja, schieß es mal zurück. Kann man dich nicht versiegeln oder so? Nee, geht nicht. Aber da ist es doch ganz gut aufgehoben. Okay. Äh. Hier fliege ich mal nicht hoch. So. Soll ich dich nach oben schießen? Oder wohin soll ich dich schießen? Ah, nee. Da hoch. Warte. So. Okay. Dann können wir hier durch. Warte. War das jetzt falsch oder richtig? Können wir da durch? Wahrscheinlich nicht. Ah, so hochklettern, so hochbacken. Nee. Wir brauchen, wir brauchen beide Blöcke. Wir brauchen beide Blöcke. Speicher mal. Wenn wir dich jetzt nach oben... Ja, dann verreck mal. Wie kriegen wir den Block noch irgendwie weg? Du sitzt da richtig und den müssen wir noch irgendwie hier reinkriegen. Hm. Was passiert? Ja, das ist ein Stachel. Okay, das wollte ich wissen. Kann man nicht irgendwie den... Okay, das war komplett falsch. Block. Nein, komm. Ja, komm her. Oh, roll zurück. Genau. Die Rettung. Wow. Okay. Wie soll das mit den Blöcken funktionieren? Wenn wir den jetzt doch noch hier rausschlagen... ... und dich einfach da hoch... ... ja, fast. Jetzt sind da zwei, okay. Ja. Ach, komm. Ich hab den 1 zu weit gestoßen. So, hau ab. Zu weit gesprungen. Ich müsste mir für jeden Tod noch die Ursache hinschreiben. Zu weit gesprungen. Zu dämlich. Falsche Taste. Falsche Taste. Falsche Taste. Zu dämlich. So, warte. Können wir dich nicht auch so mit... Nee, okay. Wir müssen dich doch so irgendwie raussprengen. Versprengen. Nee, falsch rum. Ja. Ja, ja, doch so. So. Okay. Geh nach oben. Geh nach oben. Genau da hin. Bleib da. Jetzt kommt der Arsch. Ah, der versucht zu zielen. Au! Was? Egal, was ich gemacht habe. Es war richtig. Äh, ein Schalter. Und... Klopp. Ah. Ein Flock. Jetzt kann ich hier... Dichtal darüber schießen. Jetzt geht's. Okay. Kloppst du rein? Du kloppst rein. So. Ah, und nochmal. So, dann haben wir... Nein! Ach komm, ich wollte gerade landen und speichern. Ach komm, ich wollte gerade landen und speichern, als ich das aufgebrochen habe. Ach komm, ich wollte gerade landen und speichern, als ich das aufgebrochen habe. Nein, das boxte ich da rein. Nein, das boxte ich nur weiter da rein. Ist das dämlich. Ist das dämlich. Ach man, der Part war so schön. Ja. Ach man. Kann wir dich nicht ziehen oder so? Ach. Oh. Oh. Du gehst dich, du scheiß Block. Äh. Falsche Richtung. So. Jetzt. Hoch. Hoch. Du bleibst da. Ja. Oder da. Und dann mache ich so eine Boxattacke nach unten. So. Explosierst du gleich? Jetzt rutschst du doch ins Feuer. Oder auch nicht. Ich sollte auch treffen können. So. Jetzt darfst du wieder dazu kloppen. Eins. Zwei. Leicht hoch. Leicht hoch. Hoch. Hochklettern. Nichts sicherer Bereich. Nichts sicherer Bereich. Nichts sicherer Bereich. Nichts. War schwarz? Okay. Dann flieg ich hoch. Hier ist sicher. Alles klar. Merke ich mir, dass das hier sicherer Bereich ist. Hä? Achso. Ein Stückchen Stoff. Rechts sind zwei. Rechts sind zwei. Rechts sind zwei. Das war's. Da links hat es eine neue Fähigkeit. Alles klar. Also rechts sind zwei Stückchen. Verdammt. Huuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui das wird mich auf jeden fall noch gleich verfolgen wenn ich dass ich schon das hier packt so hier nicht zu hoch nicht zu tief ja feststellt hast aktiviert hals maul nein einrast funktion so scheiße warte ja wieder zurück komm ich habe so angst vor dieser scheiß fehlermeldung ich kann nicht richtig spielen die will niemand aktivieren auch wenn ich aktivieren will dann drücke ich die taste drüber und wie ikarus flog er zu tief an den stacheln und so zerspießt er sich seinen ganzen körper ende so okay nicht zu tief fallen und auch nicht so hoch fliegen es nagt an mir weißt was ich hole erst das hintere ach das kriege ich und dann fliege ich zu tief die ständige angst vor der feststellten aktivierung aber hier kann man gut durchfliegen hier eigentlich auch jetzt sobald sobald ich auf tempo macht dann geht es besser okay einmal probier es noch hoffliegen fliegt mit dem strom ja feststellt hast du ich ignoriert nein jetzt ist auch noch im bild gut das war knapp okay weiß was die kann ruhig im bild sein für mich hier seht sie nicht fuck okay ne bist du was wir sehen uns im nächsten part wie immer viel dank fürs zuschauen eins peter tschau